Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Das neue Lightroom CC Classic ist rausgekommen. Da gibt es eine richtig coole neue Funktion, wie ich finde. Und das sind die Bereichsmasken. Und was das genau ist und wie das Ganze funktioniert, siehst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe mir jetzt hier mal das neue Lightroom CC Classic installiert. Und das Ganze gibt es auch noch mal als Lightroom CC, so wie man es eigentlich kennt. Das Ganze ist jetzt aber Cloud-basiert. Das bedeutet, dass alle Fotos in eine Cloud geladen werden. Und dann kann man sie von allen möglichen Endgeräten bearbeiten und zwar auch in derselben Ansicht. Das heißt, das Ganze sieht auf dem Tablet genauso aus wie zum Beispiel auf dem PC. Das ist eine ganz coole Sache. Aber ich habe noch so ein bisschen Bedenken, was das ganze Cloud-System anbelangt, wenn man da sehr große Datenmengen hat, wie das Ganze funktionieren soll, dass man das in eine Cloud lädt und so weiter. Aber das gucke ich mir noch mal genauer an. Jetzt geht es um Lightroom CC Classic und um die Bereichsmasken. Und da habe ich jetzt einfach mal hier ein Foto aufgemacht von der Rakotzbrücke in Kromlau. Das ist eine sehr, sehr coole Brücke und ein cooler Fotospot für viele Fotografen aus Deutschland und Europa. Die kommen alle da hin, um das Ganze mal zu fotografieren. Wenn du da hingehst, dann bitte ich dich, nicht auf die Brücke zu gehen, denn das ist definitiv verboten. Die Brücke ist einsturzgefährdet und leider gibt es da immer wieder Leute, die ihre Instagram-Shots machen müssen und auf die Brücke gehen. Verbotenerweise, bitte unterlass das, denn wenn die Brücke irgendwann einstürzt, dann haben wir alle nichts mehr davon. Keine weiteren Fotografen können da hinkommen und fotografieren. Und außerdem, wie gesagt, ist es verboten. Also lasst es einfach bleiben. Wir kümmern uns jetzt um das Foto und ich werde jetzt erstmal hier eine Grundbearbeitung machen. Allerdings ganz schnell, wenn du da noch nicht so fit bist, dann schau dir auf jeden Fall mal meine alten Lightroom-Videos an. Da geht es auch um die Grundbearbeitung, wie ich ein RAW-Bild richtig entwickle und so weiter. Ich mache das Ganze jetzt hier mal ein bisschen schneller, weil die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die kennen das auf jeden Fall. Das heißt, ich werde jetzt als erstes hier mal die Tiefen etwas auffällen und die Lichter etwas abdunkeln. Ja, denke ich mal so, denn die Belichtung ziehe ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen nach oben und dann passt das Ganze hier auch wieder im Himmel. Das sieht so schon ganz gut aus. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ich habe nämlich den Weißabgleich beim Fotografieren völlig außer Acht gelassen. Einfach aus dem Grund, weil ich wusste, ich bearbeite das Ganze als RAW-Datei später in Lightroom und kann das Ganze ganz einfach korrigieren. Und ich werde den jetzt nicht immer so richtig nach oben ziehen, denn es war ein Sonnenaufgang und so 14.000 Kelvin sieht richtig gut aus. Die Tönung ziehe ich auch noch ein bisschen nach oben, nicht zu doll, plus 37 ungefähr. Und dann hat das Ganze schon einen viel besseren Sonnenaufgangstouch, wie ich finde. So, den Kontrast ziehen wir auch noch ein bisschen nach oben, also ungefähr plus 20. Und die Klarheit, die möchte ich auch noch nach oben ziehen und zwar relativ drastisch. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Freund von Klarheit, aber in diesem Foto passt es irgendwie richtig gut. Und dementsprechend geht das hier auf ungefähr plus 40. Das sieht schon ganz gut aus. Gehen wir weiter nach unten. Ich werde das Foto noch schärfen mit meinem Standardbetrag von 80. Und gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze wieder ausmaskieren. Das bedeutet, dass wirklich nur die Stellen weiß sind und die Stellen geschärft werden hier, wie das Ganze jetzt hier gerade zu sehen war. Dann werde ich die Profilkorrektur noch aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Das ist so Standard. Und dann gehe ich noch ganz nach unten in die Kamerakalibrierung und werde jetzt hier den Farbton von den Blauwerten ein bisschen ins Negative ziehen. Die Grünwerte auch so ein bisschen ins Negative und die Rotwerte so ein bisschen ins Positive. Und jetzt erinnerst du dich vielleicht an den Orange and Teal Look, den ich vor kurzem hier präsentiert habe. Ungefähr so war das auch nur, dass das Ganze da wesentlich weiter nach außen gezogen wurde. Das heißt, plus 100, minus 100. Das brauchen wir hier in dem Fall gar nicht. Ich werde die Sättigung von den Rotwerten noch ein bisschen runtersetzen, von den Grünwerten ein bisschen nach oben, damit die Bäume hier noch so ein bisschen besser hervorkommen. Und von den Blauwerten mache ich das Ganze auch wieder ins Negative. So, das sieht so schon ganz cool aus. Und jetzt geht es in das eigentliche Thema von diesem Video rein, nämlich in die Bereichsmasken. Da gehe ich jetzt hier einfach noch mal ganz nach oben und werde mir jetzt hier einen Verlaufsfilter aussuchen. Mit gedrückter Alt-Taste werde ich diesen Filter jetzt hier noch mal komplett zurücksetzen. Und ich werde jetzt hier die Belichtung einfach mal so ein bisschen ins Negative ziehen, die Lichter so ein bisschen ins Negative, den Kontrast ein bisschen nach oben. Und vielleicht auch ein bisschen Klarheit noch nach oben, einfach um die Wolken hier noch ein bisschen mehr zu betonen. So, mit gedrückter Shift-Taste kann ich jetzt diesen Verlauf hier mal von oben nach unten komplett gerade runterziehen. Und du siehst, was jetzt passiert. Der Himmel ist jetzt schön ein bisschen dunkler geworden, so wie ich das wollte. Allerdings werden jetzt hier auch die Bäume rechts und links mit Leidenschaft gezogen. Und das möchte ich natürlich nicht. Da gab es jetzt auch schon in früheren Lightroom-Versionen Möglichkeiten. Ich konnte jetzt hier zum Beispiel diesen Pinsel nehmen und das Ganze hier wieder ausmaskieren. Aber mit diesen Bereichsmasken, von denen ich jetzt spreche, geht das Ganze noch wesentlich einfacher und professioneller. Klar, du siehst jetzt, wenn ich jetzt hier weiter nach unten gehe, gibt es jetzt hier diesen Bereich Bereichsmaske. Und der steht im Moment auf Aus, das heißt, es gibt keine Bereichsmaske. Wenn ich jetzt hier aber reingehe und zum Beispiel auf Farbe klicke, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich eine bestimmte Farbe oder einen bestimmten Farbbereich des Bildes auswähle. Und das Ganze wird dann auf dieser Grundlage dieser Farbe wird dann diese Maske generiert. Und das ist richtig cool. Ich kann jetzt hier nämlich diese Pipette nehmen und ich kann jetzt hier entweder einmal reinklicken oder aber auch mit gedrückter Maustaste einen Bereich aufziehen von den Farben, die ich jetzt hier gerne haben möchte. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Ich werde jetzt hier einen Bereich aufziehen. Und dann arbeitet Lightroom kurz und du siehst jetzt, wie das Ganze hier in den Bäumen wieder wesentlich heller geworden ist. Das heißt, in diesem Fall wird dieser Verlaufsfilter hier auf die Bäume nicht mehr angewendet. Und das ist richtig, richtig cool. Ich kann jetzt hier noch die Stärke des Ganzen so ein bisschen entweder nach oben oder nach unten ziehen. Und das muss man jetzt immer so von Foto zu Foto so ein bisschen austesten, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich den komplett nach oben ziehe, die Stärke, dann werden auch die Bäume hier wieder ein bisschen dunkler. Und ich denke mal hier irgendwas zwischen 50 und 60 ist hier in diesem Fall ganz cool. Das muss man, wie gesagt, immer von Foto zu Foto ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Da kann ich dir jetzt keinen allgemeinen Rat zu geben. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Und wenn ich jetzt hier den Vorher-Nachher-Vergleich mache, dann siehst du, dass wirklich nur der Himmel hier wirklich bearbeitet wird. Und die Bäume davon völlig unberührt bleiben. Gefällt mir noch nicht ganz so gut, wo der Himmel jetzt doch ein bisschen dunkel geworden ist. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen korrigieren noch. Dass es ein bisschen weniger ist. Aber so, denke ich mal, haben wir hier schon eine ganz coole Sache. So, dann kann ich jetzt hier auf Fertig klicken. Und ich zeige dir noch ein weiteres Beispiel. Denn ich nehme jetzt hier einfach mal einen Radialfilter und werde jetzt hier die Bäume auf der rechten Seite noch ein bisschen bearbeiten. Die möchte ich ein bisschen heller machen. Und dafür ziehe ich jetzt hier einfach mal so einen Radialfilter auf, mache den richtig, richtig groß. Und ziehe ihn jetzt hier einfach noch so ein bisschen weiter ins Bild rein. Und jetzt werden wir natürlich die Probleme haben. Ich werde jetzt hier erstmal nochmal die mitgerückte Alt-Taste alles zurücksetzen. Wenn ich jetzt hier die Belichtung nach oben ziehe und vielleicht auch ein bisschen Kontrast dazugebe und die Tiefen ein bisschen auffälle. So, jetzt haben wir wieder das Problem, dass natürlich auch hier wieder oben der Himmel in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das möchte ich verhindern. Und da gehe ich wieder in die Bereichsmaske rein und wähle diesmal Luminanz aus. Und bei Luminanz ist es so, dass ich jetzt hier den Bereich auswählen kann, zwischen hell und dunkel, wo diese Maske angewendet werden soll. Also, sollen mehr die Schatten betroffen sein oder sollen mehr die Lichter betroffen sein oder vielleicht auch die Mitteltöne? Und in meinem Fall sollen die Schatten betroffen sein. Die Bäume hier sind relativ dunkel, der Himmel ist relativ hell, den möchte ich nicht beeinflussen. Aber ich möchte die dunklen Bäume beeinflussen. Und von daher gehe ich hier in die Schatten. Das heißt, ich werde jetzt hier von der rechten Seite die Lichter hier so ein bisschen rausnehmen. Also ungefähr von 0 bis 50, das ist doch ganz cool. Und dann werde ich hier auch wirklich nur die Bäume beeinflussen. Was mir jetzt noch nicht so gut gefällt, das Ganze sieht sehr, sehr flach aus. Und deswegen gehe ich hier in der Glättung einfach mal noch komplett wieder nach oben auf 100. Und dann wirkt das Ganze wieder wesentlich realistischer. Und wenn ich jetzt hier einen Vorher-Nachher-Vergleich mache, dann siehst du auch, dass wieder nur die Bäume hier gerade heller werden. Der Himmel bleibt davon völlig unberührt. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, wie ich finde. Und Lightroom hat da hingehend sehr, sehr gut zugelegt. Das Ganze ist übrigens auch noch ein bisschen schneller geworden, das Programm. Also wenn du das Cloud-Abo hast, dann solltest du da auf jeden Fall updaten. Denn da sind schon ein paar Performance-Verbesserungen auch noch mit dabei. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du gerne unten in die Kommentare posten. Und ansonsten den Kanal natürlich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Denn wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.